Arthur, deine Mutter hat angehoben. Sie möchte dich heute früh sehen. Ich bleib hier und boxe weiter mit Evander und dann hab ich meinen Musikunterricht mit Kanye West. Au! Das hat wehgetan. Es ist höchste Zeit, die Kindereien hinter sich zu lassen. Batman! Du heiratest Susan Johnson oder der Geldhahn ist zu. Ich heirate dann, wenn ich mich verliebe. Du hast soeben 950 Millionen Dollar verloren. Eigentlich ist Susan doch ne ganz besondere Frau. Wir sollten nicht heiraten. Das ist eine reine Geschäftsbeziehung. Wir haben nicht das Geringste gemeinsam. Du stehst auf Pferde. Ich trau denen nicht. Sie tragen immer dieselben Schuhe. Stell dir mal bitte ein Leben mit nur einem Paar Schuhe vor. Wow! Und jetzt befinden wir uns in der Grand Central. Oh, oh. Entschuldigung. Es gibt da so ein Mädchen und ich glaube, dass sie ihn beflügelt. Er wird heiraten. Los, aus Pferd. Nein, ist okay. Ich helf dir. Ach, du bist dafür nicht ausgebildet. Ei, 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 ei. War doch gar kein Problem. Du kannst ohne das Geld nicht leben. Ich such mir einen Job. Ich bin ein erwachsener Mann. Das ist jetzt kein Widerspruch zu meinem letzten Satz. Und wie bekommt ihr die normale Welt? Willkommen im Süßigkeiten-Fahrer, Andy. Au! Hallo. Er ist schwach. Er ist stärker als sie glauben. Nein, es reicht. Schluss jetzt. Mein Berg besteht aus Magneten. Hol mich herunter! Aufsetzen, bitte. Ich denke gar nicht dran. Sag mal, wasch dein Schniedel. 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 Vielen Dank.